Hallo und herzlich willkommen. Wählen Sie auf unserer Homepage auf der rechten Seite den Punkt Benutzerkonten aus und klicken dann auf Benutzerkonten für den Göttinger Universitätskatalog GUK. Geben Sie nun die Nummer ein, die auf der Rückseite Ihres Studien-, Universitäts- oder Bibliotheksausweises steht und das dazugehörige Passwort. Hier finden Sie Informationen über Ihre Entleihungen, Vormerkungen und Kosten. Sollten Sie Ihr Passwort einmal vergessen haben oder weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich an uns.